Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, liebe Freunde. Heute mal mit einem etwas anderen Thema. Ich mache eine 30 Tage Plank Challenge, das heißt, ich habe bei 20 Sekunden angefangen, habe mich von Tag zu Tag gesteigert und heute ist der große Tag. Tag 30 mit 5 Minuten. Unter erschwerten Bedingungen, ich bin etwas angeschlagen, aber no excuses Leute. Heute ist der letzte Tag und der wird durchgezogen. Ich kann den nicht einfach stehen lassen. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, es dämmert schon langsam, sonst bin ich immer früh morgens am Start. Aber jetzt gehen wir die Sache an. Ich will nicht lange drum herum labern, wir starten jetzt sofort. Wer mehr von solchen Challenges sehen möchte, ich bereite mich gerade auf einen 100 Kilometer Marsch vor. Also folgt mir gerne und lasst einen Daumen hoch, auch gerne auf Instagram, da verpasst ihr nichts. Also los geht's. Also hier soll der ganze Spaß stattfinden. Kamera wird positioniert, etwas runtergefahren und dann Timer auf der Uhr aktiviert und los geht's. Ich sag wie es ist, es wird eine echte Zitapartie wie die letzten drei Male auch schon. Kopfschmerzen ballern auch gut rein, aber ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Wünscht mir Glück. 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 Wünscht mir Glück.